Hallo und herzlich willkommen zu einer Infofolge zu einem Event und zwar zu diesem hier. In AAC hat sich in letzter Zeit sehr viel getan. No? So, machen wir es so. Ist besser. Zum einen kann man zum Beispiel jetzt AAC auf Mobilgeräten zocken, kostenlos. Zum anderen AAC ist drei Jahre alt geworden und ich nehme an, dazu gibt es jetzt dieses Event. Wie funktioniert das Event? Ähnlich wie bisherige Events, ich brauche einen Kochtopf, ich muss Dinge sammeln und kann mir dann daraus was craften. Was gibt es da alles? Also dieses Mal in der Hauptrolle steht zum Beispiel der Pachi. Ja, ist doch einfach hübsch, oder? Was haben wir hier? Wir haben das Stigimolch-Kostüm. So schaut er ohne aus. Und so mit. Ist schon ganz nett. Sie ist ja gehörend. Richtig niedlich finde ich das hier. Das ist das Tri-Kostüm. Nennt sich Styracosaurus-Kostüm. A Tri-K, normal wäre so. Ich habe dazu mein Ahörnchen genommen, das Arme. Und mit Kostüm. So. Schaut er fast aus. Ja, Gott, ja. Und der dritte ist der Pronto. Auch der hat dieses Mal ein Kostüm bekommen. Und zwar das Brachiosaurus-Kostüm. Und jetzt schaut er aus wie ein ganz neuer Dino. Moment, das dauert nur kurz. No? Deswegen habe ich die anderen vorher schon angezogen. Damit das fertig geladen hat. Den mag er nicht. Okay. Moment, ich mache mir mal kurz einen Pronto-Sattel. Pronto-Sattel. Kann ich nicht hier? Muss ich in das Mitte machen? Na, geh raus da. Dankeschön. Machen wir uns einen Pronto-Sattel. Ihr seid hier im Spielstand von Sissi und Franz. Ich hätte bitte gerne einen Pronto-Sattel. Habe ich leider keinen. Habe ich vorher schon geschaut. Machen wir es so, dann findet man leichter. So. Möso. Wir hätten ihn auch nehmen sollen. Zack. Da haben wir gedacht, ich habe Tee drückt. Offensichtlich nicht. Ah, jetzt hat er noch fertig geladen. Das siehst du. Schaut schon nett aus. Und so gar nicht mehr wie ein Pronto. Das sind also die Dinos, die in der Hauptrolle stehen. Wie immer gibt es aber auch diese Knochenkostüme. Zum Beispiel auch für den Pronto. Oder für den Kano. Oder für den Trike. Oder für den Rex. Schau mich nicht so hungrig an. Nein. Für den Stego. Für den Quetzi. Ja. Und den da, den seht ihr bei mir nicht oft. Auch für den Giga. Ja. Also für all das gibt es das. So. Wie könnt ihr das craften? Das ist eigentlich ganz einfach. Kann sein, dass ich vorher was vergessen habe. Ja. Wahrscheinlich. Ich muss mal kurz mal Wasser holen. So. Wie kann ich das finden? Das sind dieses Mal keine leuchtenden Woodroops oder so. Sondern es sind am Boden vorkommende Ausgrabungsstätten, die man finden muss. Komm, lass mich rein. Dankeschön. Ich wusste doch, ich habe es vergessen. Und zwar schauen die aus. So. Das hier. Da finde ich Knochen drinnen. Die nehme ich mir. Okay. Damit gehe ich dann zum Kochtopf und hoffe, dass ich es mir herstellen kann. Aber Achtung. Wie jedes Arc-Event heißt das viel sammeln. Alleine so ein Brachiosaurus-Kostüm kostet 100 Knochen. Oder ein Pronto-Bone-Kostüm. 80 Knochen. Was gibt es noch? Ja, für mich habe ich natürlich auch was. Ich kann zum Beispiel... So ausschauen. Na ja, zu der Rüstung. Moment. So schaut der Helm aus. Übrigens, der hat auch ein Knochenkostüm. Der Chapua. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Ich habe ja nur noch mehr. Ich habe natürlich auch wieder das Rexbone. Und ich habe natürlich auch den Trike. Die kennen wir ja schon. So, aber ich finde den da am feschersten. Ja. Den finde ich gut. Das heißt, man rennt herum und sucht sich so Knochenvorkommen. Ach, da ist eh noch eines. Man sieht, die sind jetzt nicht so selten. Es sind scheinbar immer drei Knochen drinnen. Ich kann weiter rennen zum nächsten Knochenfund. Es sind wirklich nicht wenige. Ich bin hier auf der Karte Ragnarök. Ragnarök. Es geht auf der Island, auf Ragnarök, auf das Center. Also auf den ganzen offiziellen Karten geht es. Auf den inoffiziellen Karten kann man versuchen, das Event zu starten. Aber ob es da funktioniert, weiß ich nicht. Ausprobieren. Wie man startet, dazu kommen wir dann noch gleich. Ich zeige euch dann kurz mal die Forumseite dazu. Was gibt es noch? Es rennt mit fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Texrex rum. Auf der Karte. Einfach frei, wildbahn. In die Richtung möchte ich eigentlich gerade reinhauen. Ich möchte schauen, ob ich ihn dann finde. Achso, nee, ich kann es nicht ausblenden, aber ich könnte ihm ja noch was auf Speed geben. So. Dann ist er nochmal schneller. Ja, hier stört es mich nicht wirklich. Hier stört es mich nicht wirklich. Ich habe mir einfach gedacht, ich nehme mir ein schnelles Tier. Und dann schauen wir mal, ob wir das finden. Der Countdown für dieses Event lief fast zwei Wochen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auf was anderes gehofft. Nicht auf eine Eventankündigung. Auch wenn ich natürlich sage, ja, ist cool. Weil drei Jahre ARK ist schon toll. Und das Spiel hat mich selber auch einige tausend Stunden begleitet. Auch ich habe schon über 4000 Spielstunden in ARK. Und auch wenn ich momentan ein bisschen weniger ARK zocke, macht es ja trotzdem Laune. Habt's mich gern. Deswegen renne ich mit der Katze da durch. Ups. So, einmal Stamina sammeln. Ich hätte der Katze natürlich auch was zum Essen mitgeben können. Das wäre einfacher gewesen. Naja. Jetzt ist es spät. Jetzt sind wir schon fast in dem Gebiet, wo ich hin möchte. Wo ich mir eventuell einen Tex Rex erhoffe. Ja, ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg. Unten haben wir einen Steger laufen. Und außerdem muss es noch irgendwas Verstecktes bei dem Event geben. Weil auch darauf weisen sie im Forum hin. Such nach mysteriösen Dingen. Also es muss hier noch mehr geben. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts entdeckt. Wenn ihr was wisst, könnt ihr es gerne unter das Video posten. Da haben wir ein paar Pachis. Die Dinos habe ich natürlich einmal alle gewibed. Da unten sind nur Alus. Da haben wir ein paar Prontos. Wo habt ihr denn hier die Rexe versteckt, Jungs? Dann gehen wir mal weiter schauen. Rexe? Rex! Ein Rex. Das ist so typisch. Wenn man einen sucht, findet man keinen. Sollte man einen Tex Rex sehen, den kann man tamen. Man kann ihn tamen und man kann ihn auch züchten. Wir suchen uns hier mal irgendwo eine ruhige Ecke. Hier eine ruhige Ecke. Das ist eine sehr gute Idee. Ach, da sind nur Paraptoren. Hey! Hilfe mir mal, kleine Katze. Danke. Sage mal. So, die haben mir meine Hose kaputt gemacht. Gut, zu viel zum Thema harmlos. Ach, da ist ein Rex. Voll ruhige Ecke hier. Und eine 5%ige Chance eben, dass das ein Tex Rex ist. Ich sollte mich irgendwo hinten verziehen. Da oben stelle ich mich jetzt hin. So, da bin ich hoffentlich unangreifbar. Also, ich hoffe mal drauf. Warte, ziehen wir es gleich. Ne, der kommt her. Der andere ist zu doof. Gut. Der Rex hat sich durchgesetzt und die Beine aufgefressen. Aber mein Pronto wird jetzt nicht mehr fertig. Gut, dann schauen wir mal. Also. Wo haben wir es denn? Genau, so. Dafür drehe ich euch kurz die Spielaufnahme ab. Und ihr bekommt jetzt gleich... Einmal das hier zu sehen. So, was haben wir da? Also, das Archäologie-Event. Vom 15. bis 15. Juli rennt das Ganze. Man muss diese fossilen Funde finden. Gibt auch eventuell extra Loot. Das sind die Kostüme. Die haben wir ja auch schon gesehen. Schauen eigentlich sehr gut aus. Also gut, ich meine, ein Pachi verwendet man ja kaum. Aber das Kostüm schaut nett aus, ja. Das für den Frag gefällt mir richtig gut. Gut, ich finde auch die Zeichnungen da drauf richtig schön. Dann die Masken. Hier, für was es alles Bone-Kostüme gibt. Und das ist der Tex-Rex. Tembar. Achso, und während des Events spawnen Dinos Mutationen in den Farben Weiß, Gelb, Grau und Schwarz. Gibt also sicher wieder interessante Dinos zum Einfangen. Achso, ich weiß noch nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Das ist also der Patch 280, 114 oder das Archäologie-Event. Wenn man starten möchte, also gerade im Lokalen, wenn es nicht von selber angeht, dann muss man das hier in die Startoptionen einschreiben. Einfach per Steam. Wenn ihr dort rechte Monsters draufklickt, kann man die Startoptionen einstellen. Wenn man sagt, nee, das Event will ich nicht haben, genau das Gleiche. Einfach das hier eintragen. Am Server sollte es entweder automatisch sein, oder ihr müsst mit dem Server-Admin reden, dass ihr das Event wollt. Und fertig, genau. Die Bone-Skins, da steht das alles noch einmal. Fortitude ist überarbeitet worden. Es gibt jetzt mehr Resistenz-Kings-Umhauen. Ja, der Tex-Wag. 5% von wilden Rexen spawnen als Tex. Hm. Und eben eine neue Brutlinie. Mhm. Ja. Und so weiter. Also das sind dann noch Kleinigkeiten. Was ich aber jetzt ganz interessant fand, ist, dass nämlich mittlerweile der nächste Countdown läuft. Also der Countdown jetzt lief zwei Wochen. Der nächste Countdown läuft nur drei Tage. Hm. Das Bild ist interessant. Und dazu gab es noch einen Twitter-Eintrag. Mal schauen, ob ich ihn jetzt auf die Schnelle finde. Moment, ich habe ihn ja bei mir im Discord gepostet. The end is only just the beginning. Find out more at the end of the Countdown. Ja. Also, wir wissen jetzt schon, in drei Tagen, vier Stunden, zwölf Minuten und drei Sekunden ist die Seite down. Und wir wissen gar nichts. Für mich sieht es so aus, als ob jetzt vielleicht doch endlich der DLC angekündigt wird. Und wenn ich mir das Bild so anschaue, dann sieht mir das so nach Oberfläche von Aberration aus. Allerdings noch ein bisschen extremer. Aber könnte das vielleicht so in Richtung neues Ziel siegen? Ich weiß es nicht, aber auf das bin ich jetzt echt gespannt. Also ich meine, ich hatte es mir bei diesem Countdown schon erhofft. War nicht der Fall. Mal schauen, was das nächste bringt. Also in spätestens vier Tagen habt ihr wahrscheinlich wieder ein Infowideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Knochen sammeln. Wie gesagt, ihr braucht eine Menge Knochen. Ist aber kein Problem, weil diese Hügel wirklich oft sind. Zumindest in den Highlands of Ragerock. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschapapa, sagt eure Danu.